Liebe August, zu deinem 92. Geburtstag wünschen wir dir das Allerbeste. Im Kampf um deine Gesundheit versuchen wir so gut wie möglich zu helfen. So Gott will, schaffen wir Jahr um Jahr. Solange du noch unter uns sein willst, wir wissen, die Jahre werden immer beschwerlicher. Genieße das Leben, die Sonne, die Natur. Noch acht kleine Jahre bis zu deinem Wunsch, Alter 100. Das gönnen wir dir von Herzen. Nochmals Glückwunsch zum Geburtstag von Alfred und Pilar.